Ja, auch wir waren auf der Gamescom, egal wie man uns nennen mag, Glenroy LP, Torque LP, Manius und Dermare 12 waren alle vier. Dort haben sich das zum ersten Mal angeschaut, es war sehr schön und ich habe mir gedacht, ich filme einfach mal so mit und zeige euch das. Viel Spaß noch mit unserem ersten Tag auf der Gamescom, dem Samstag. Bis zum nächsten Mal. 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 So, wie ruft man denn mit dem Gamepad die Karte auf, dann wird das so ein Gamepad sein. Was? Ich hab noch nie das angehöhlt. Und ich hab noch nie das... ach so, ich hab noch nie das Gamepad gespielt. 9 Uhr 2 ist gerade, wir haben 11 Uhr. Ok, dann mit Abend drückt man an. Das ist jetzt der Puppe, ok? Puppe ist reisig. Ich hoffe, das wird Puppe. Dann fahren wir mal drüber zum Puppe. So, ich drehe jetzt ab. Die Textur braucht gehen. Aber was heißt denn diese Textur? Ich seh' nicht mal die Textur. Ich seh' nicht mal die Textur. Ok, die Textur heißt schon die Puppe. So, ich drehe jetzt ab. So, ja. So ein Video, ja. So, ich drehe jetzt die Textur. So, ich drehe jetzt ab. Okay. So, ich drehe jetzt ab. So, ich drehe jetzt ab. So. So, ich drehe jetzt ab. Maierazir. So, ich drehe jetzt ab. Die Beams war auf, am I? Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020